herzlich willkommen bei blacktree gaming heute wieder car for sale seit langer zeit mal wieder haben wir uns gedacht weil so ein weihnachtsupdate am 27 schon rausgekommen ist schauen wir uns die ganze sache mal an mit dabei ist natürlich wieder der junior hallo schneid ich mich aufs schnee chaos sogar in im haus auch von der decke damit man dach bauen sollen da oben drüber natürlich eigentlich eine gute investition gewesen raus oder santa donna der oder überdimension der passt gar nicht durch den kamin wir gehen erstmal an die auto oder bei uns an die automarkt es geht ich würde erstmal jetzt ins büro mal schauen was der sache ist wir haben ja auch uns ein fettes büro gebaut haben wir auch viele folgen dazu gemacht ja und gerne an das ist noch nicht getan ein geschenk und sein sein und nun händen liegt noch ein geschenk wir uns hier nur noch geschenke sind ja da oben liegt schneemänner bremsscheibe nehmann oh alles klar das heißt wir müssen schneemänner einsammeln würdest du aber erst machen ja ich würde sagen jetzt machen wir erstmal die die quests ja die winterquests genau von da hinten wir haben das ja schon echt lange nicht mehr gespielt das heißt da müsste eigentlich auch einiges dazugekommen sein da stehen ja schon ja ja man kann wieder autos kloppen ja oh ja bestimmt dann sind wir hier wieder ein geschenk ah das ist unser schrottauto unser schrottauto wollen wir noch mal verkloppen wollen irgendwann ein geschenk und ein verstecktes auto ja keine ahnung irgendwie gibt es da jetzt ein neues tuning system glaube ich aber ich bin mir nicht sicher andere seite ja ja nehmt da muss so sieht denn das aus alles neu ja das was heißt denn das ja der klingt aber auch anders oder der kohlen gibt es da jetzt auch irgendwie eine neue map wird das so also beim jahr der kreis planen man Das ist schon ein geiles Auto. Kann man den jetzt quasi interagieren oder was? Ich kann es direkt rein. Ja, ja, das ist okay. Fuck it all. Ich weiß auch nicht. Ja, die rote Bar wurde auch, glaube ich, überarbeitet. Ich habe mir ein Geschenk. Das Essen gibt es immer noch das gleiche. Vielleicht beim Schwarzmarkt. Der Typ links. Oh, das ist ein neues. Ah, da kann man jetzt noch einen Einsatz. Ich weiß nicht. Aber wir sehen uns da. Ohja, ich weiß nicht. Jetzt mit dem Schwarzmarkt, Mann, wenn es da was Neues gibt. Teile verkaufen. Ah, da kann man Teile verkaufen. Aber ich würde das... Das würde ich jetzt noch nicht verkaufen, weil vielleicht kann man mit denen noch was anderes machen. Hallo? Geht's noch? Na, ist so schön. Ich brauche ihn noch. Gekonnt. Du musst doch die Kameransicht ändern. Mit C? Und jetzt kannst du... Da vorne steht einer. Kriegt noch ein Geschenk. Da vorne steht einer. Ah, ah ah. Hm? Hm? Ich habe mich. Nein, nein. Ich habe mich. Ich habe mich. Oh, heilig. Ja, ich glaube schon. Also hügelig auf jeden Fall. Beide ich jetzt. Da ist noch ein Schneemann. Nicht so zwei. Links. Und dann einfach weiter rechts. Ich glaube, man kriegt jetzt keinen Schaden mehr durch andere Autos. So ein bisschen Assi. So ein Geschenke von anderen Klauen. Und dann... Mühevolle Handarbeit. Einfach kaputt fahren. Und dann... Mühevolle Handarbeit. Mhhh. Deine Autos hier? Up to Porsche. Ja. Und das ist aber ganz bekannt. Ja, richtig? 130. Ja, 100 muss 130. Und direkt über 30. So. Und direkt über 30. So. so. Ja, nein. Guck dir, ich habe von der Autos. Ja. 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 Aber hier rechts steht jetzt auch Helferfahren. Das Tempomat. Lange. Lackendeschenk. Echt? Ja. Ja. Stämpfer. Alter. Man kann auch nachts Schneemänner kaputt machen. Wer geht das Licht an? Äh. Ähm. L und K. Ja. Wir brauchen nur noch sieben. Super. Also hinterm Büro. Und Auktionsding gibt es auch noch. Da steht bestimmt auch noch im Tisch noch ein. Ja. Guck mal. Ja. Ja, ich gucke das jetzt. Ja. Ja, ich gucke das jetzt. Andere Seite. Und die Scheibenwischer. Alter, what? Oder? Halt schon den Motor anmachen. Ein Geschenk. Kraftstoffbombe. Kraftstoffbombe. Pomp. Kacke. Wahrscheinlich nicht. Schauen wir nochmal beim Ding nach. Wo? Da rechts. Jetzt links. Also nicht jetzt direkt, sondern hinten. Da hinten steht einer. Da steht doch noch einer. Ne. Ich will ein anderes Auto. So. Ja. Vielleicht ein Lerari XXX oder so. So. Hm. Sollten wir ja endlich ersteigern. in den letzten Folgen. Aber das haben wir nicht hinbekommen. Der kam nie. so. Hier steht nur noch. So. Jetzt müssen wir aber Tag zu. Hm. Da muss man noch machen können jetzt. Ja. Vielleicht gucken auf, ob es noch was anderes gibt irgendwie. Neue Karte oder so. Neue Karte oder so. Neue Karte oder so. Wenn wir das machen. Gute Frage. Hey. Was war das? Oh. Hier ist gecrashed. Geil. Gut. Dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Machen wir ein kurzes Video. Äh. Wobei. Was haben wir jetzt? Äh. Gehen wir noch ein bisschen durch. Na kurz. Ein bisschen. Ne, wo das neues Jahr. Wir bedanken sich ganz herzlich bei uns. Nur bei uns. Nur bei Blacktree Gaming. Nein. Und wir bedanken uns auch bei euch. Wenn ihr das Video geschaut habt. Bis hier hin. Auf jeden Fall. Wenn ihr liked und abonniert. Würde es uns noch mehr freuen. Was ist das? Ich würde jetzt gerade noch nicht so. Wie passiert jetzt? Hier haben wir es nochmal. Wie passiert das? Spiel crashen. Aber jetzt sieht es gut aus. Ja. Ja. Oh. Das sieht gut aus. Okay. Jetzt rechts auch oder was? Ja. Das ist... ein Drift-Auto. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut gemacht. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Zurück in die Stadt. Oder... Linksvergrämmung. Ah. Okay. Glaubst du es auch? Ja, habe ich gerade gesehen. Okay. Geil. Nächstes Mal Respawn. Das waren wieder typisch. Hm. Was haben wir jetzt gezahlt? 10 Dollar. Weiß ich. Geh in der Tasche. Ah ja. Lachen wir nicht. Bei 6, irgendwas Millionen. Kann mal gerade aus. Den anderen hinterher. Vielleicht auch sicherer. Oh. Kein Spieltoon. Ah ja. Jetzt musst du wieder... ...so. So. Oh, gut. Haha. He he he. Ah. Generely. Ah, ha. Keinтрiftauto mehr. Ah, ha. Ha, ha ha. Ha, ha. Ja, einzigartig. Ja, verteilt mal links runter. Ja, ich glaube, jetzt muss ich halt wie spawnen. Nee, ich glaube, das war eine Viper. Ich glaube, das ist ja auch so wie auf der Straße. Ja. Ich kenne ja nichts anderes. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh, das Base ist doch anbremst, oder? Ach, Helfer, weiß ich, das sind die Helfer, damit es das Ding gibt. Aha. Hör mal, hör mal kurz. Oh nein. Oh nein. Eigentlich würde ich sagen, benutze mal NOS, aber weiß ich jetzt nicht, ob das so sinnvoll ist. Oh, da unten ist er. Oh. 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 dann kannst du wieder nach oben weil du nach unten gefahren bist es ist ja fett geil da gibt es wahrscheinlich zwei strecken runter oder 30er weil da gibt es auch noch eine strecke runter wenn sie überlegen dass du auch noch hoch fährst das ist nach oben ach und das jetzt ja das war die strecke das ist wirklich geil wie gesagt wenn man da jetzt Die Drift oder hinten? Und was hier land? Dann müssen wir halt nochmal einen Griff aufmachen. Oh yeah! Und glatt gelandet! Wow, perfekt! Ganz gut. Wir gehen zurück in die Stadt. Das ist besser für unsere Knochen. Ja, für das Auto vor allen Dingen. So, was haben wir denn noch? Ich will ja mal kurz die Dinge angucken. Hier ist es im Christmas Event. Ja, gut. Wir lesen gerade mal. Red Valley, okay. Ach, man hat es ja gerade. Aber Podcast, WorldWaveHook. Stimmt. Was gibt es da neu? Ah. Du hast gerade einen neuen Driftrekord aufgestellt. Ja, du hast einfach nur eine Kurve gemacht. Blau schon. Gab es Frühstahl? Ja. Er war da hinten dran. Du musst schalten. Ja. Richtig. Ja. Der steht links. Ja. Schalten. Ja. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ich wollte sagen. Ich wollte sagen, knapp gewonnen. Ja. das hat der platten aus 2 3 und 5 gefahren durch so langsam so okay was haben wir denn jetzt noch sonst so ja auch das erst mal schlafen auch noch vor dem aufbrach wir brauchten eigentlich noch vier schneemänner ja komm ich hab zwar gesagt im dunkel ist zwar kacke aber weil für die stadt war es hier schon extrem wenig wir haben das büro gereinigt da links steht einer da hinten links ach nein ich mein das ist rechts einfach nur ein bisschen weiter rechts nicht umdrehen Wo meinst du denn du jetzt? Hinten Ein bisschen weiter nach rechts Batterie Das ist der Echtgeschenk von vorne Ja Zwei Schneemänner immer noch, da vorne ist wieder einer Jetzt hab ich spawnen, oder? Ja Einer fehlt noch Schauen wir jetzt noch Schauen wir mal gucken, wo was wir jetzt kriegen Sander bringt uns ein Geschenk Oh du, was beschädig Hä? Hier ein Auto Verdammt Nein Was? Jetzt ist der Echtgeschenk Danke Unterweich gelandet Absolut Wir haben noch ein Geschenk Jetzt schön noch zu Yes Oha Hehehe Hehehe He voll cool Im Weihnachts-Design Oha Also Dann hören wir jetzt schön auf mehr Erfolge Jetzt genau hier, perfekt Vielen Dank fürs zugucken lassen Abo und Like da, wenn es euch gefallen hat Hehehe Wir haben die 30 Schneemänner Äh Äh Uns gesnackt Und haben diesen Und haben diesen Ja Oder Sound oder sowas Aber Alles klar Alles klar, gut Dann bis dahin Tschüss Und Ciao Tschüss 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 Tschüss